Ja, aber so ist es trotzdem besser, so irgendwo eine Pampe anfangen und dann sich so langsam vorarbeiten, nur um es mal aufpassen. So. Ich habe schon mal markiert, wo wir uns treffen. Ich glaube, Anarchie-Agrist. Ja. Erst mal gucken, wo der Bus langkommt. Ja, das sieht man doch schon am Anfang. Ah ja, stimmt. Am Anfang wird mir die gelbe Linie angezeigt, wo… Abspringen, wuhuuu! Ja, das tut sie. Ah. Ahem. Oh ich werd schon abgeschossen. Hinter mir ist da einer. Wo bist du? Der ist schon im Haus auf dem Dachboden quasi. Oh der wächst. Waffe ey. Ja man ich hab ihn. Na warte ich muss ihn erstmal noch töten. Ah. Aber ich hab einen gekillt. Der geht zwar auch immer noch zu zentral. Ich glaub sobald du die Häuser anvisierst, da geht halt echt jeder hin. Irgendwie das der halt schon direkt ne Waffe hatte der Wichser. Gut ja. Ich stand quasi auch vor einer aber ich musste erst noch kommen durch die Wand. Und dann hatte ich die Wand grad durch und hab die Waffe gesehen und dann wurde ich schon getötet. naja ich bin mal wieder in der Lobby. Okay. Jo. Die Matches gehen nicht kurz bei uns. Ich hab mal was markiert, aber wir müssen halt ziemlich weit in den Rübe fliegen. Ich bin mal extra in so einem hintersten Winkel von der Map, wo man relativ weit hinlaufen muss hin. Aber ich bin fast schon da, nur durch den Jump, ist gut. Oh nein, ein Gegner. Geil. Noch ein Gegner, noch ein Gegner, ich geh weg, ich geh weg, ich bin jetzt dahinten. Zack, ich hab schon mal ein Sturmgewehr. Bei der roten Markierung bin ich. Medikit hab ich auch. Okay. Okay, ich bin direkt über dir quasi. Ja man, Schilddrank. Wo ist meine Waffe hin? Boah, legendäre Fernkampfwaffe. Wooh. Also diese Runde bin ich der Heiler im Team, ich hab Medikit und nen Verband. Wo ich hab Raketen. Wo ich hab Raketen. Medikit hab ich auch. Ich bin auch mein neuer Verrichter. Ja, ich bin schon mal wieder voll. Da ist ein Sturmgewehr drin. Ja, das brauch ich. Oh, krass. Ich lauf mal Hansi entgegen. Boah, wir sind halt echt in dem Kreis wieder ewig, weiß nicht. Ja, dann haben wir noch zwei Minuten. Ja, stimmt. Mal die Hütte da oben angucken. Ja, warte, die holen wir uns runter, die Hütte. Ja, das ist solch ne Dings. Nein, 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 nein. Ich baue euch ne Treppe hoch. Macht keinen Scheiß. So, kannst du doch. Ja, hab ich doch schon. So. Was ist Schadensfalle? Ich hab ne legendäre schallgedämpfte Pistole. Boom. Hi Peter. Weck Peter. Ich hab nen Katzenarsch im Gesicht. Ich hab ja keine Fahrzeuge. Ich glaub nicht. Ich hab hier nochmal ein Sturmgewehr, falls jemand will. Oh ja. Sollen wir da zu diesem Schiff die Jets hochlaufen? Dann sind wir auch eh schon wieder näher im Kreis und da ist ein bisschen was los. Wir müssen schauen, dass wir jetzt in den Kreis reinkommen. Ja. Ja. Recht scharf. Äh. Wir geben uns mal zum Kreis. Ich lauf mal da, Junge. Ich lauf mal da, Junge. Episches Sturmgewirr jetzt. Wird der andere Typ eigentlich schon tot oder was? Ja. Ich habe mitgekriegt, dass der gestorben ist. So, jetzt habe ich aber echt genug Materialien. Unsere Stadt kann ich jetzt bauen. Da vorne hat irgendjemand geboot, guck mal da steht eine Treppe. Ja. Da baut jetzt glaub ich aber noch eine. Welche Richtung? Wo uns? Ja, muss grad gucken wo du bist. Na dann lass halt mal da hinlaufen. Ich habe hier noch eine Pumpgun versehen, wenn man will. Eine grüne. Ich hab voll, mir geht gar nichts mehr. Ich hab geholfen, boi. Ich hab geholfen, boi. Bach, ich hab geholfen. Ah, das ist genau. Komm schon, geh mal drauf, ich glaube das ist nur einer Ja, ich glaube auch Ich weiß halt nicht, wohin gelaufen Der baut sich hoch Wir können nämlich wiederholen Ja, warte erstmal, bauen wir uns kurz ein, nicht dass da jetzt noch was passiert Komm mal hier ins Haus, geht das? So Warte mal, ähm Ja, das machst du Ja, ich mach schon Aber ich glaube, musst du mir gleich sagen, ob du full life hast oder nicht, wenn ich dich wiederbelebe, weil sonst heile ich dich auch gleich Oh, da kommt, da kommt nochmal einer Da, der ist direkt vorm Haus Nein Shit Hey, der Typ hat uns halt mal kurz drei Leute geholt Ja Ah, die Pumpgun ist auch glaube ich übel strong, ich war in einem Schuss down Das war eine von denen, die am Anfang bei mir waren, wo ich da unten landen wollte Ah, schade, das wäre echt besser, das hätte echt besser laufen können, ne? Das geht ja jetzt hier, das sei der Wichser, kommt hier Das geht ja jetzt der Wichser, dann muss ich gleich, ne? Ich bin Du hast Du hast Vielen Dank.